Reden wir von dieser Missgeburt einer Stadt, in der ihr lebt. Pigsfeld. Hast du was drauf, Amy? Was macht ihr da? Zeichnet ihr mich auf? Wie viele Stunden haben Sie gekriegt? 100. Ich auch. Mein Dad hat ihre TV-Serie geliebt. Wir haben uns jede Folge angesehen. Na schön, einen Fan kennenzulernen. Wir hatten nur den einen Fernseher. Ist das nicht zauberhaft, wenn Promis ihre Nutten in den Club mitbringen? Ist das nicht irre? Jackie Burke ist im Saal. Nach allem, was ich für dich getan habe, ich war für dich da, als du anfingst, als junger Mann. Ich will wissen, was Sie für Erwartungen haben. Meine Erwartungen? Wenn Sie meine Tochter ansehen und so wie Sie sie ansehen. Ich sehe ihn doch gar nicht an. Wovon redest du überhaupt? Es ist eine Ehre dabei zu sein. Hier bei Brittany und Frankys Hochzeit darf ich also das tonangebende Alphamonster hier ansprechen. Flo! Was hast du meinem kleinen Bruder angetan? Er war 1,80 groß, als er geheiratet hat. Aufmerksamkeit. 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 Höchstuhl! G